Wer hat dir erlaubt, so gut auszusehen? Hör auf auf. Oh mein Gott, das ist so gut! Heute ist dein Tag, Junge. Fühl dich so gut, wie du willst. Zieh an, was du willst. Du siehst Bombe aus. Zieh an, was du willst. Zieh an, was du willst. Zieh an, was du willst. Ich mach's. Ich hab jetzt endlich die Motivation bekommen, die ich immer gebraucht hab. Ich geh zur Hülle der Löwen. Ladies and Gentlemen, es gibt für alles an unserem Körper ein Kleiderschiff. Für alles. Es gibt Kopfbedeckungen, es gibt Hemden, es gibt Hosen. Unsere Füße haben Schuhe und unsere Hände haben Handschuhe. Komm schon, ich bitte. Bei einer Sache hat die Fashion-Branche bis heute nicht bedacht. Die Nase. Warum gibt's nix für die Nase? Die Nase ist was Intimes. Viele auf der Straße rumlaufen und jedem eine Nase ins Gesicht rücken. Viele müssen extra Facetune benutzen, um ihre Nase zu verändern. Alles nicht mehr nötig mit der neuen Erfindung. Der Nasenschuh. Ich hätte gerne 200 Euro für 100% der Firma. Ich verkaufe die Firma. Ich will nicht wählen, ich hab mich da irgendwie verrannt. Ich brauch die 200 Euro nur für das Bahnticket nach Hause. Ich würd gern 1. Klasse fahren. Es gibt noch einen Nasenschuh, mit dem man schwimmen gehen kann. Der klebt aber noch nicht. Da gab es ein paar Probleme bei der Produktion.